Wir suchen uns jetzt nochmal auf drei und unser Kinderpätz, der Miguel der Erste, der hat eine Riesenidee, der versucht mal, ob man den da nicht wachkriegt und auf geht's und nochmal eins, zwei, drei und Kitzelattacke! Also so langsam, glaube ich, wird er wach. Mit der Kitzelattacke, da will ich gleich einen für mich in fünf fliegen, weil er so nicht abgesprochen hat. Aber zumindest ist Leben drin. Können wir nochmal versuchen, ob man richtig hochfiegt? Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal. Auf drei, eins, zwei, drei und Kitzelattacke! Ich würde sagen, wir werden hier oben erstmal die Güte freimachen. Ich sage erstmal nochmal herzlichen Dank an die Herren der Politik. Gleich nach der Rede werden wir auch unseren ersten Korn in dieser Session.